Kenn ich gar nichts. Nein, du weißt ja nichts. Die müssen wir noch kennenlernen, die Mannschaft. Wie werden die Unioner auch genannt? Im Spielznamen war sie. Ja? Die Eisernen. Aber sonst? In welchem Berliner Stadtteil liegt das Stadion? In Schöneweide, in Neukölln oder in Köpenick? Keine Ahnung. Was? Das Erste. Das Dritte. Wie viele Kilometer trennen das Olympiastadion von der alten Försterei? Sind es knapp 30 Kilometer? Knapp 20 Kilometer? Oder knapp 40 Kilometer? 20? 30. Was ist näher an Wolfsburg? Union oder Hertha? Ich glaube, Hertha. Hertha, ne? Den wievielten Platz belegt die Union in der abgelaufenen Zweitligasaison? Trebter. Ja. Gegen welchen Bundesligisten setzen sie sich durch? Zu Stuttgart. Zum wievielten Mal spielen die Eisernen in der Bundesliga? Ja. Das erste Mal, oder? Durch. Ja. versнихst buyers. Mit Gordon-了. Junge. Erkraft. Unbekanne B